Hallo liebe Fußballfreunde, ich nehme mich gerade auf, RCFC Köln 2, Regionalliga West, 70 Spieltag, Preußen, Munster gegen RCFC Köln 2, Ergebnisse 4 zu 2. Preußen, Munster, Startelf, Schulze, Neuhau, Neuhes, Lachgelitz, Schieder, Hahn, Lorenz, Grütte, Rautenberg, Burschama, Takalab, Roten, Oubikawa, RCFC Köln 2, Startelf, Uri, Uri, Pik, Nika, May, Schindler, Salker, Uri, Gaisen, Nordensbek, Surschak, Bauer, Mittelstädt, Schwertien, viel Spaß von diesem Video, Preußen, Munster gegen RCFC Köln 2, viel Spaß von diesem Video, 17.48 Uhr.